Ich war ja vor kurzem bei einem BO4-Reveal in L.A. im deutschen Street. Ich bin auf einem BO4-Reveal-Event im deutschen Street. Und als nach dem Multiplayer-Trailer Blackout angekündigt wurde, war ich nur so... Yeah! 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 Okay, das war weird. Ja, guck nicht so richtig, so einfach so... Mein letztes Video ging ab zu Ende mit den Worten... Ich gebe auf, Leute, man findet nichts. Ich gebe auf, Leute, wisst ihr was? Das werde ich aufs nächste Video verschieben. Deshalb ist jetzt der Tag gekommen. Ich schaue, wie BO3 ist. Wie sind die Lobbys? Übrigens, Leute, ihr glaubt mir nicht, aber das sind wirklich meine Klasse. VNP, 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 Brett... Oh, okay. Das hat keiner gesehen. Hast du auch nicht gesehen, dreh dich weg. Okay. Okay, vor kurzem habe ich keine Lobbys gefunden. Immerhin finden wir jetzt Lobbys und ist sogar doppelt EP. Yeah! Okay, wir joinen eine Lobby und es steht wirklich 49 zu 108. Es... Och Gott. Und wir spielen gegen Jessica Gröbner 1, die wirklich nicht gut ist. Aber wenn du gut aussiehst, schreib mir auf Instagram. Okay, halt die Fresse, Jep. Das erste Mal wieder einen Kill machen nach der BO4-Beta. Let's go. Hier ist noch jemand, oder? Komm her, komm her, komm her. Nein, auf der anderen... Nein! Es ist so weird, wieder zu jetpacken. Nein! Guckt euch das an. Man kann wieder... Oh Gott. Hier ist immer der Spawn. Let's go. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber jetzt spawnt hier wieder jemand. Komm her. Jawohl, derselbe, oder? Ich fahre irgendwo... Gegen Jessica! Ich hätte es nicht sagen dürfen. Wir spielen gegen Jessica Gröbner 1, die wirklich nicht gut ist. Ich habe so die Strafe bekommen dafür. Aber viele von meinen Freunden haben mir schon gesagt, Jem, spiel mal wieder BO3. Die Lobbys sind wieder krass. Das will ich heute herausfinden, weil ich... Ich hab vergessen, wie schnell man down geht in diesem COD. Beziehungsweise wie langsam man im BO4 down geht. Aber das ist wieder so ein Beweis, Leute. Man gewöhnt sich richtig schnell an Sachen. Am Anfang ist uns BO4 komisch vorgekommen. Und jetzt ist es halt BO3, was jetzt komisch vorkommt. Und es ist nur nach zwei Beta-Wochenenden. Was halt quasi gar keine Zeit ist. Oh Gott, wir haben einen Hater. Ich hab's voll vergessen. Man hat hier ja schon den Hater freigeschaltet. Oh mein Gott, den Hater BO4. Ich kann nicht mehr warten, Leute. Wirklich. Das Gefühl ist irgendwie wie damals so, wenn man sich auf den Freizeitpark gefreut hat. Aber man wusste, man musste noch eine Woche warten. Genauso ein ekliges Gefühl ist das. Komm, Triple K? Nein, meine Moni ist leer. Unge, du Hulensohn, Alter. Stimme, I am... Bitte, Lobby, sei einfach vorbei. Danke, es war ein Triple Cap. Warum? Also bis jetzt sind die Lobbys genauso, wie ich sie hinterlassen hab vor zwei Wochen. Jessica hat den letzten Kill. Ey, Jessica! Sie spielt wie so ein harter Noob. Nein, sie ist so schlecht und sie hat mich so hart geratet. Das ist echt ein verdammt demotivierter Bär dort unten. Und das ist echt eine verdammt demotivierte Frau. Selbst die Geste, die sie gemacht hat. Ich weiß, ich will diese Geste eigentlich nicht machen. Aber hier, ich mach sie. Egal, 71.000 Kills mit der Form, P. Ja. Ja, das kann nicht wahr sein, ja. Doch. Ich weiß, dass dein Mikrofon kaputt ist, aber egal, versuch's. Der Satz macht doch gar keinen Sinn. Okay, die erste Lobby war ein Reinfall. Haben wir jetzt eine bessere Lobby? Wir sind auf einer DLC-Map. Es sind nur noch drei Gegner. Man findet nur dieselbe Lobby in Herrschaft. Ich wurde so belogen von meinen Freunden. Wieder eine Runde Herrschaft. Mal sehen, wo wir jetzt reinkommen. Selbe Map, aber nicht dieselbe Lobby. Warum immer die DLC-Maps? Sie sind vier zu klein für BO4. Ich sag schon BO4. Oh mein Gott, das ist so in meinem System. Vier zu klein für BO3, Mann. Frau guckt auch nicht motiviert, Mann. Alle sind so demotiviert heute. 54 zu 147. Ja, nein, nicht mit mir. Okay, wir suchen wieder Herrschaft. In was sind wir jetzt reingejoint? Man findet wirklich schnell eine Lobby. Es ist wieder dieselbe Map. Und wieder. Vielleicht hat sich der Punktestand jetzt diesmal geändert. 56, ja, okay, wir haben nicht mehr Punkte gemacht. Ich bin raus. Ich wollte das schon immer machen. Ich bin einfach ein Kind. Ich muss es machen. Wuuu. Mein Leben hat keinen Sinn. Okay, wir haben wenigstens... Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Halt die Fresse. Wir haben wenigstens eine Vorratslieferung. Machen wir die auf. Bitte jetzt muss die XMC kommen. Das wäre heftig. Das wäre was goldenes am Ende. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das Ding könnte ich selbst gut gebrauchen. Dann nimmst du auch du. Ja, und die Lobby füllt sich nicht. Okay, ich such mal eine Vorgestelltliste. Wir müssen das suchen. Es geht nicht anders. Und hier finden wir auch nichts. Komm, ich will doch nur in ein Spiel. Dann kann ich euch... Bitte finde etwas. Okay, TDM, bitte. Wir haben was gefunden. Ey, die Lobby ist so für einen Rotz, der. Okay, vielen Dank, INXDRALUCHIHA, dass du gesagt hast, dass die Lobby mit Eisbrecher 1978 scheiße ist. Er pickt mich die ganze Zeit, Digger. Er hat es aber auch verdient. Das Spiel macht mich verrückt. Ich brauche BO4, Mann. Was spiele ich hier überhaupt gerade? Wie, ist die Heftig? Ja, endlich. Bro, du hast so lange gebraucht dafür, Mann. Bin ich behindert, Digger? Ja. Ich habe gar nicht gecheckt, was Heftig in meinem Lobby ist. Also, was ist für meine Lobby? Das ist ja nicht meine Lobby. Aber ich das erste Mal gehört, dass jemand gesagt hat, bester Spruch. Aber wir gehen hier ran. Okay, wir haben eine neue Lobby. Und diesmal sieht sie sogar ganz okay auch. Das ist wahrscheinlich die einzige spielbare Lobby, die gerade in BO3 überhaupt existiert. Ich wusste, der liegt da in der Ecke. Da ist noch einer. Wo rennst du denn hin, Bro? Du musst doch erstmal auf mich warten. Die einzige Information, die wir auf Blackout diesmal haben, sind einfach nur, dass am 10. September auf der Playstation 4 die Beta beginnen wird. Später wird das Ganze dann auch wieder auf die Xbox gehen. Ich weiß, Xbox Live, es tut mir wirklich leid. Aber ihr seid wirklich nicht gut dran. Es tut mir so weh, das zu sehen, dass so Leute das einfach später spielen können. Und ich wünschte, ich könnte es ändern. Aber es geht leider nicht. Es wurde einfach nur gesagt, dass es später kommt. Nicht irgendwie am 17. September, ein Wochenende später, wie es genau beim Multiplayer-Reveal quasi angekündigt wurde. Da steht einfach, okay, es wird noch kommen. Das lässt schon vermuten, dass die Blackout-Beta wahrscheinlich bis zum Release kein Ende haben wird. Und das bestätigt sich nur, wenn man halt den Fakt beachtet, dass auch beim Playstation-Reveal-Datum einfach kein Enddatum angegeben wurde. Nur ein Startdatum. Und so hätten sie einen perfekten Weg gefunden, einfach quasi die ganze Zeit so Beta-Tester zu haben über einen gesamten Monat und dann ihr Game anzupassen bis zum Full-Release, wo halt mehr Leute, definitiv mehr Leute spielen werden. Und es ist marketingtechnisch einfach auch viel sinnvoller, weil ihr müsst euch vorstellen, Fortnite ist umsonst. Die größte Hürde, die COD mit ihrem Beta-Royal hat, ist einfach die Preisbarriere von 60 Euro. Man muss das volle Game kaufen und das Geld hat einfach nicht jeder. Wenn man die Leute vorher an dem Beta-Royal bindet und denen zeigt, okay, guck mal, das können wir euch bieten, dann werden sie wahrscheinlich ja auch das Spiel kaufen später, wenn man es kaufen muss. Und ehrlich gesagt, wäre es einfach mal cool, die Spielerzahlen von COD zu sehen, wenn es einmal kostenlos wäre, wenn es eine Open Beta-Beta-Royal wäre, Leute, wir würden alles sprengen dabei. Nur diese Information haben wir bis jetzt und auch die Information, dass man Solo, Duo und Squad spielen kann, das ist natürlich voll die krasse Überraschung. Und mehr sagt der neue Trailer zu Blackout auch nicht. Dazu habe ich übrigens... Zu dem Blackout-Trailer habe ich übrigens nur so reagiert. Ja, das war alles, was ich dazu sagen konnte. Das ist übrigens die Waffe, die der Typ hat. Shadow Claw, das klingt schon schlimm, ey. Was ist das für eine Dreckswaffe, Mann? Und wir sind in Triple Cap, Konterdrohne ist oben, geil. Ja, genau, die High-Level sind dort, wir spielen 5 gegen 5. Ist jetzt BO4 oder was? Oh, stellt euch vor, man könnte einfach BO4 starten. Stellt euch das vor! Das ist so eines der schlimmsten Videos bis heute, wirklich, Mann. BO3, kann man es noch spielen? Genauso skeptisch, wie sie guckt, bin ich gerade im Kopf. Vielleicht sind wir einfach an einem Punkt angelangt, wo die Lobbys einfach zu scheiße sind. Mal sehen, wir joinen hier rein. Powercore 41 zu 81. Ja, ich bin raus. Warst du das wirklich mit BO3? Ich meine, ja, man kann ein bisschen Fortnite spielen. Ja, man kann Warface spielen und so. Aber es ist nichts so geil, wie einfach mal BO4 zu gönnen. Nein, wir suchen ein letztes Spiel, ein allerletztes Spiel. TDM, in eine andere Lobby kommen wir jetzt. Und ich werde euch zeigen, dass dieses Spiel nicht tot ist. Stronghold und Fringe Nightfall. Erstmal Fringe Nightfall auf deren Nahten. Komm schon, bitte, bitte. Ferra-Verbindung getrennt. Kann nicht wahr sein. Einmal eine geile Lobby und dann... Ich suche ein letztes Mal, Leute. Es kann nicht sein, wirklich. Was jetzt passiert? Wieder. Das war's. Es ist gerade zeitweise so, dass anscheinend man keine Lobbys findet, obwohl genug Leute spielen. Und ich hoffe, sie ändern das mit einem Patch, weil ich muss mich auch auf BO4 vorbereiten. Und mit was kann man sich besser vorbereiten, als mit BO3? Aber das soll es erstmal gewesen sein, Leute. Der Support in letzter Zeit ist unreal. Ich... Es ist... Egal, was ich sage. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.